So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Gestern Abend kam schon der November-Event-Kalender raus. Ich hab mir gedacht, ganz entspannt, mach ich das dann heute als Video. Heute bereite ich da noch was vor für morgen. Weil morgen kann ich keinen Raid am Mittwoch machen, da bin ich den ganzen Tag nicht da. Ich werde den Raid am Mittwoch dann wieder am Donnerstag machen, dafür morgen was vorbereiten. Und das, was am Donnerstag dann kommt, kommt Freitag und so weiter. Passt also perfekt, dass wir jetzt den November-Event-Kalender haben. Ihr wisst ja, gegen Ende des Monats haut Niantic dann immer eine Ankündigung raus, dass ihr genau wisst, was im nächsten Monat die Fünfer-Raids sind, die Mega-Raids, die Spotlight-Stunden, die Raid-Stunden, was für Events anstehen im nächsten Monat. So, was wir schon wussten ist, dass das Dia de Muertos, das Tag der Toten-Event am 1. November stattfindet. Was wir wussten auch ist, dass Darkrai ja in den Raids gerade ist und Mega-Banett. Und dass sie ja noch in den November hinein reichen. Was wir sonst noch wissen, müssen, brauchen, wollen, wollen wir uns jetzt mal angucken. Das ist die, ich denke mal, offizielle Grafik. Leider wieder auf Englisch, leider wieder alles klein und pixelig und, naja, nicht halt so schön. Ich habe eine andere noch gesehen jetzt, beziehungsweise im Fan-Chat gucke ich immer, da postet ihr immer alles recht fleißig, vor allem der Miku. Hier ist vieles auf Deutsch drauf. Sieht aber irgendwie so aus, als würde da was fehlen oder wäre wenig. Wenigstens kann man jetzt die Namen sich angucken und wie die, na gut, bei den Raid-Bossen stehen gar keine Namen dran, sehe ich gerade. Und bei den Events, da stehen die deutschen Namen von den Events. Wir wollen uns aber hier drauf berufen. Ich habe gedacht, bis jetzt, heute Mittag oder so, ist vielleicht die deutsche Grafik dazu da, die deutsche offizielle Grafik. Vielleicht ist die auch da, ich bin bei Twitter gar nicht unterwegs, deswegen habe ich da keine Ahnung. Wir werden uns jetzt darauf beziehen. Wir wissen also, momentan ist Darkrai in den Raids. Ist ja ein mysteriöses Pokémon, ist nicht tauschbar. Wer in Shiny möchte, muss das selber raiden. Darkrai bleibt bis zum 2. November. 20. Oktober bis 2. November, Darkrai. Ist ein starkes, nützliches Pokémon. Raidet da ruhig ein bisschen, gönnt euch da was. Ab 2. November wechselt Darkrai dann auf Genesect. Seht ihr hier oben, mit einem Douse Drive steht er dabei. Was ist Douse Drive? Steht auf dieser Grafik irgendwas drauf. Da seht ihr nur Genesect, aber ich sehe was Blaues. Könnte also vielleicht das Wassermodul sein, was er dann hat. Kann auf jeden Fall Shiny sein. Darkrai kann Shiny sein. Alles kann Shiny sein in den 5er Rates im November. Genesect an sich jetzt nicht so ein krasses Pokémon. Ist aber auch wieder ein mysteriöses Pokémon. Das heißt, wer da ein Shiny möchte. Das Rot als Shiny sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. Wer da ein Shiny möchte, muss wieder selber raiden. Ihr könnt euch das nicht von einem Kollegen tauschen lassen. 2. November bis 9. November kommt also Genesect. Darkrai nützlicher. Genesect trotzdem cooles Shiny. Und der Main hatte damals 200er schon von dem Genesect-Ding. Als Insekt, als Käferangreifer konnte man mal machen. Danach kommt Viridium vom 9. November bis zum 16. Ab 16. November kommt Kobalium. 16. bis 23. Und ab 23. November bis 30. November kommt Terrakium. Viridium, glaube ich, ist absolut zu nichts zu gebrauchen. Kobalium ist, glaube ich, auch total unnütz. Würde mir jetzt nichts einfallen, wo man das jetzt nehmen könnte. Terrakium, meiner Meinung nach, der krasseste, der stärkste, der beste aus der Runde von den Ritter der Redlichkeit. Nicht nur, dass der am wuchtigsten und breitesten aussieht. Das Shiny finde ich zwar hässlich, weil es aussieht wie ein Zirkuszelt. Aber ist ein richtig guter Kampfangreifer. Gesteinsangreifer vielleicht auch, weiß ich nicht. Ein bisschen, aber eigentlich mit seiner, was hat er gehabt? Zangdu-Klinge und irgendwas anderem dabei. Er hat auf jeden Fall damals mein 100%iges aus einem Glückstausch von Matze erhalten. Das habe ich dann hochgezogen auf 50. Der erreicht richtig starke WP. Der ist krass. Der ist cool. Der sieht gut aus. Der ist Darkrai und Terrakium sind eigentlich die Highlights im November, obwohl Darkrai ja nur bis 2. November da ist. Also freut euch eigentlich auf Terrakium. Gönnt euch Terrakium. Nehmt Terrakium mit. Was ist mit den Mega-Raids? Während Darkrai da ist, ist also Mega-Banett da. Machst du eigentlich nichts mit? Nimmst du vielleicht zum Boosten von anderen Pokémon-Typen. Während Genesek kommt, also 2. bis 9. November. Passt auch wieder nicht. Während Genesek kommt, also ab 2. November, aber nicht bis 9. November wie Genesek, sondern bis 12. November, habt ihr Mega-Hundemon. Ist ein guter Feuerangreifer, ist ein guter Unlichtangreifer. Kann man auch zum Kämpfen nutzen, kann man zum Boosten nutzen. Ist auf jeden Fall nützlicher als Mega-Banett, meiner Meinung nach. Dann vom 12. November bis zum 16. November. Während Viridium da ist, haben wir drei Fragezeichen. Jetzt wurde schon wiederum gespoilert und gesagt, da kommt bestimmt Mega-Knackrack. Ob das so ist, kann ich euch nicht sagen. Ich versuche mich immer nur an die offiziellen Dinge zu halten. Deswegen, Knackrack ist gerüscht. Ob das so ist, keine Ahnung. Knackrack wäre natürlich fett. Als Drache, Mega-Entwicklung. Als Boden-Pokemon, Mega-Entwicklung. Mit Erdkräften und sonst was ist das auf jeden Fall stark. Das, was du in der GPL nutzt, was du bei Raids nutzt. Was du hier, wäre auf jeden Fall der heftigste Mega-Raid im November. Aber vom 16. bis 30. November seht ihr dann Mega-Kangama. Wer Kangama noch gar nicht hat, weil das ja eigentlich ein regionales ist, der sollte hier mal einen machen. Ansonsten ist das ja ein Pokémon vom Typ Normal, was gefühlt zu nichts zu gebrauchen ist. Die Mega-Entwicklung kannst du auch nicht gebrauchen. Kannst du höchstens nutzen wieder, um den Typ zu boosten, wenn du andere Pokémon fangen willst. Wer das Shiny noch nicht hat, könnte hier gucken, ob er da eins kriegt. Aber ansonsten Mega-Kangama eigentlich eher unspektakulär. So, Spotlight Hours. Können wir auch hier reingucken. Stehen die eigentlich hier drüben auch auf Deutsch oder steht da was anderes? Ach so, genau. Hier steht immer nur Verschicken, Entwickeln, Fangen, Dings. Das passt. Da stehen aber auch keine Namen dran. Also eigentlich ist die deutsche Grafik auf der anderen Seite auch sinnlos, weil da steht sowieso nichts dran. Ihr habt als erstes Lampi am 7. November mit zweimal Candy-Vortransfering-Pokémon, also zweimal Verschickt-Bonbons und Lampi in Shiny. Am 14. November, sieben Tage später, ihr wisst, die Spotlight Hours, also die Rampenlichtstunden sind immer Dienstag, 18 bis 19 Uhr, habt ihr Haspiror, 14. November Haspiror, zweimal EP fürs Entwickeln der Pokémon. Dann haben wir am 21. November Dummisel, was shiny sein kann, steht hier dran. Zweimal Staub fürs Fangen der Pokémon. Dummisel, richtig schwer zu treffen, hat einen richtig kleinen Kreis, ist auch meistens roter Kreis, deswegen... Ja, Dummisel, nee. 28. November, ich hoffe, das ist eine 8, zweimal EP fürs Fangen der Pokémon mit dem Schwein. Nun, jetzt weiß ich noch nicht mal, wie das Schwein heißt, obwohl es letztens ja erst hier eingeführt wurde, deswegen, ihr wisst das. Flecknoil. Nee, Flecknoil ist das andere Ding, hat aber auch eine Schweinenase. Floing. Nee, ist es auch nicht. Sauron, genau, nennen wir es jetzt einfach. Ihr seht, deswegen hasse ich das, wenn hier das englische Zeugs da ist und alles noch verpixelt. Und, ja, das sind die Spotlight Hours auf jeden Fall im November. Ja, was ist jetzt hier Highlight eigentlich? Doppel, äh, Doppelstaub ist immer gut, aber Dummisel ist halt richtig komisch. Da würde ich fast sogar noch sagen, dass Haspiror ganz cool ist, weil das ja auch noch eine Megaentwicklung hat. Vielleicht könnt ihr da noch ein paar Bonbons fahren, noch ein Schlappohr hochziehen, dann Megaentwickeln und das mal nutzen. Ist halt dann auch normal, aber auch Kampf, können da Kampf boosten, da Bonbons machen, passt. Die daraus resultierenden Raidstunden aus den Raidbossen oben sind am 2., nee, am 1. November, der 1. ist ein Mittwoch. Also wechsle das Ding diesmal am Donnerstag. 1. November Darkrai, 8. November Genesect, 15. November Viridium, 22. November Cobalium, 29. November Terrakium. Jedes Teil kriegt exakt eine Raidstunde. Raidmania gibt es ja leider nicht mehr. Ihr könnt natürlich losziehen und eine fette Raidtour machen. Im Feldforschungsdurchbruch weiterhin haben wir dann hier Gala, äh, Porenta, Lavida, Zobiris, was ja auch Megaentwicklung hat, kann. Dann Kindwurm, Quaff, Quaff und Viscora, sage ich jetzt einfach mal. Was ist da cool? Lavida ist immer noch cool, ist trotzdem, man kann nüge nügend Despo da Bonbons haben. Ja, Zobiris, Megaentwicklung. Mal mitnehmen, Kindwurm, starkes Drachenpokémon, Brudalanda, Megaentwicklung und alles. Der Rest brauchst du vielleicht nicht. Viscora sieht cool aus, als Shiny auf jeden Fall. Wer da nochmal Bonbons braucht, hat da vielleicht Glück. Pogestop Showcases, die lese ich jetzt nicht alle vor. Ich kann ja eh keine Showcases machen, ansonsten passt es halt immer zu dem jeweiligen Event, was gerade läuft, oder zu einem CD, der gerade läuft, oder wie auch immer. Ich werde die Grafik dann vielleicht auch in den Community-Tab teilen, da seht ihr das eh nochmal aus einem CD im Spiel, der selber immer direkt, welcher Showcase gerade aktiv ist. Wir haben aber noch Events, Day of the Dead. Am 1. bis 2. November, Day of the Dead. Das ist also dann das Dia de Muertos Festival, dazu haben wir schon ein Infovideo gemacht. Dann am 5. November kommt der Community-Day mit also Felino. Steht hier nichts dabei. Hier ist ein kleines Bild dabei, Community-Day am 5. November mit Felino. Freue ich mich drauf. Ist dann auch ein neues Pokémon gleich mit drin, weil ja die Paldea-Form kommt, auch neuer als Shiny dann da. Bis dahin brauche ich ein bisschen Poké-Platz noch. Dann am 7. November bis zum 12. Festival of Lights, also das Licht-Festival. Da wird irgendwann noch ein Infovideo kommen. Dann haben wir am 11.11. einen Raid-Day. Was kann da drin sein? 11.11. Raid-Day. Ab 12. kommt ein neues Mega-Pokémon. Hm. Hat damit bestimmt nichts zu tun. Kann man nichts sagen? Was denkt ihr? Schauen wir mal rein. Ab 15. bis 19. gibt es die Fashion Week. Jetzt sag nicht, ich habe das Ding jetzt zugemacht. 15. bis 19.11. die Fashion Week. Äh, 22. bis 27.11. Party Up. Was auch immer. Und am 25. November ein Community-Day Classic. 25. November Community-Day Classic. Ist das etwa die Zeit, wo Hannes da ist, wegen der Survival-Series? Können wir mit Hannes mal einen Community-Day zusammenspielen? Das wäre auf jeden Fall cool. Da freue ich mich drauf. Ansonsten, was sind eure Highlights im November? Auf was freut ihr euch? Also ich freue mich immer über jeden Community-Day. Kann ich ganz klar sagen. Egal ob Classic oder nicht. Community-Day ist immer trotzdem ein kleines Highlight. Raid-Days sind eigentlich auch cool. Muss man mal dann gucken, ob man das mit Video oder mit Stream umsetzt. Events, die laufen eh nebenbei. Für mich Terrakium auf jeden Fall ein Highlight. Darkrai ist auch noch ganz nett. Alle anderen Sachen sind bei mir, beim Habanero-Account, also beim Free-to-Play-Account jetzt sowieso. Pokédex-Einträge von den Mega-Raids sowie von den Fünf-Sterne-Raids. Da wird nicht ausgerastet. Da wird klein Stück für Stück was gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.